Rick mit Rick, zeig mir mal einen Trick. Rick mit Rick, ich zeig dir heute, wie du in drei Schritten den Handstand lernst. Let's go! Schritt 1 Macht ein Bänkchen vor der Wand und lauft diese so weit hoch, bis eure Nase die Wand berühren kann. Versucht eure Füße zu pointen und diese gegen die Wand zu drücken. Schritt 2 Jetzt berühren nur noch die Füße die Wand und wir versuchen unseren Körper in einen rechten Winkel zu bringen. Sobald ihr das geschafft habt, könnt ihr ein Bein nach dem anderen langsam anheben. Wichtig hierbei ist, dass ihr wirklich gerade steht. Am besten filmt ihr euch selbst oder fragt eine Person, ob sie mal drüber schauen kann. Schritt 3 Als nächstes machen wir den Handstand mit dem Rücken an die Wand. Aber anstatt jetzt voll Karacho gegen die Wand zu springen, versuchen wir von unten langsam kontrolliert nach oben zu kommen. Wichtig ist, dass die Schultern maximal gestreckt sind. Dann könnt ihr langsam versuchen, die Füße von der Wand zu lösen.